. . . Hier, das ist... Ich guck, es sind nicht genug Plätze da. Na, ja. Oh, zu leben können doch! Ja, leben. Heute leben wir. Heute leben wir es im Ring von einem anderen Menschen. Tipp Nummer 1, verraten die, wo sie sind. Herr Lehrer, da drin! Herr Lehrer, da drin! Nö! Komm da raus, sofort steig drauf, ey! Komm da raus, ey! Oh, verdriss! Der Lehrer, komm! Ich hole die sonst voll mit Krivat raus, die junge Dame, du komm! Wir haben heute den lieben, ähm, ja, ich schreibe es mal an hier, Michael Myers. Nein, der heisst Michael, oh, Michael Myers. Also bitte mache ich es richtig. Gut. Und sei ruhig, ist Ihr Vortrag. Genau. Also er liebt es zu starken, trägt eine weiße Maske und dann noch diese, ähm, ja, ähm, ja, diesen blauen... Du hättest es mal rausgucken können. Ja. Das war mein kurzer Vortrag. Setz mich dann wieder. Ich bin komplett deutsch von dir, Wade. Das wird beim Ältergespräch ganz lustige Gesprächsthemen geben. Jo, dann erzählen Sie uns unsere Strategie für heute. Ja! Also unsere Strategie ist, wie Sie sehen... Was, überhaupt mit deinem Powerpoint hier! Nicht... Ganz dumm! Wir sind hier, wenn der Kinder ist da, und wenn der Kinder von da... Der Witz ist, ich hab halt noch keine Vorwarnung, ne? Dann... Bleiben wir hier dümm stehen, und hoffen, dass für wir... Ihre Blasch jetzt wird... Komm, das ist ein verdammten Schroggress! Und... Sonst wird den alten Vorgaben! Ja! Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was! Was weißt du denn? Das du hast du right! Also ich bin ganz stolz auf dich! Das ist... Nea hat nen Raben! Nea haut ab! Nea haut ab! Nea haut ab! Nea haut ab! Nea kommt zurück! Nea kommt zurück! Nea, du unartige Selbe! Steins! Kommt, er ist ein scholle Tierfisch! Wo? Neu! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Willkommen! Er muss jetzt reinkommen, er müsste ihn näher gesehen haben! Er stalkt uns! Kommt, naja! Ja, er stalkt uns! Du musst jetzt weiter runter, damit er reinkommen kann! Komm! Hallo! Der Spieler hat sich mit dem Teamkasten! Kommt, der ist zu dein Gehör! Ich begrüße unseren Gast, das ist der Mr. Starkstock! Hallo, mein Gäste! Wie geht's denn in Mr. Starkstock? Nee, verdammte Tafel! Ab an die Tafel, Herr Lehrer! Tafel! Wir können schon in der Tafel! Also guck, jetzt sind wir unter Mr. Starkstock an derselben Stelle! Ja, weiß ich nicht, was er tun soll! Oh Gott! Er wird dich! Nein! Er hat den Lehrer an Bordet! Nein! Nein! Wie viel schreit! Wir haben Schuhe! Das ist gut! Nein! 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 Die Verrassungsgasse ist böse! Also Wade strengt ran und jammert jetzt rum! Seid doch lieber, ragt'n Lebenswain! Der Überraschungsgasse ist böse! Ja! Ich weiß mehr wie er, als auch! Das ist bei einer Exschüler! Ich kann nicht klein! ich die Welt getötet und ich muss hier rumliegen also, jetzt verdammt doch mal, guck doch nicht verdammt neben doch das ist der Ukehörer, ich hab das schon immer gesagt, man guckt hier rauf und hinter der anderen Leute Hätt, wir machen direkt ins Arsch noch ein oder man lässt ihn leben Fass mich nicht, wie ich da so schön rumliege Alter, wo hänge ich denn und wo seid ihr denn? Ich find's doch so geil, wie er die Grenzen umgebracht hat Geh in den Schrank, geh in den Schrank, geh in den Schrank Zu spät Ah, schon wieder so eine schöne Aussicht Ich mach die ganzen grünen Shots Na ja, shit Yo